ich bringe alles kupfer mit was wir drüber haben doch naja kupfererz bauen wir ich habe 16 also alles was wir nicht sagen ich weiß wo die eine höhle rauskommt die da oben bei uns ist ich weiß es jetzt auch das ist eine gute Hülle bis zum Anfang das heißt wenn wir die Anfangsposse noch überlegen wollen aus welchem Grund auch immer so weil ich glaube ich fast kurz über die Höhle zu laufen um alten Lager hier hoch es geht nur in die eine Richtung wieso One Way Road only die Höhlen immer oder? ich meine wann erfinden sie halt nicht Höhlen die in zwei Richtungen begehbar sind also jetzt verlangen sie mal ein bisschen viel ich werde nicht zwei lange geglauben nur Lügen von 880 was sie nicht geben das hassen wir nicht das ist richtig das stimmt das ist wahr du kannst nichts hassen was du nicht irgendwo gibst denn alles andere wäre gleich was ist stärker was wissen wir ja benutze die Kraft benutze die Kraft was ist stärker was ist stärker was ist stärker ich habe ein Ohr proben das ist ein anderes Thema so soll ich noch was mitbringen wenn ich schon mal hier bin alles okay ich habe die ziel ja gar nicht meine tasche aber wir brauchen hier unten mehr lagerfläche und verbahren und bretter ich liebe dich wie mein eigenes Bruder und ich kann du bist wie mein eigenes Bruder ich hoffe du bist ja hey hey jim ha ha du bist ein du bist ein benutzen den Bruder Luke benutzen den Bruder äh warte den Bruder? aber ich habe keinen Bruder ein halbes Wurmwurm ist ein halbes Wurmwurm das denkst du auch nur du gut dass ich gerade streame dass ich nicht drauf klicken muss genau ich musste auch nicht drauf klicken äh ich meine der Moderator tut da gerade seine Kompetenzen überschreiten und irgendwelche wilden YouTube Links äh nein nicht ihn unser Mr. Burns gut gute Mifflers dann gucken wir nochmal da werden wir schon Wurm ok so Dex ist auf dem Weg der sollte bis zum Morgen hier sein das ist ja auch eine Ansage also bis zum Morgen das wird er schon schaffen ja ich vermute schon du hast 2 Stunden Scotty für dich mach ich den 5 für dich mach ich den 5 Herr Captain ich kenne dieses Schiff wie meine besten Tasche du hast keine besten Tasche gedacht ja das war der Satz von Scotty kurz bevor er gegen deinen Supportbeam gewandt ist natürlich das ist so schön das ist so schön ich glaube ich muss mir auch mal dieses Tag äh viel mir doch mal antun hm aber du warst der Shooter auf dem Computer man benutzt das auch ständig hm 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 ja hm hm ja hm ne Was sagt ihr? Deine Wustung sieht nicht mehr so gesund aus. Ich weiß. Aber ich hab gedacht, ich warte jetzt einfach mal bis zum nächsten. Ich weiß, es ist ja nur gelb und ich ruhe. A few moments later. Meine Wustung ist rot. Warum bin ich nackt? Oh mein Gott, ich kann meinen Piep sehen. Achtung Kieker. Ich hab ihn gesehen. Achtung Kieker. Gegner hat er gesagt, aber Kinder passt auf. Kann ich mich aufnehmen? Ich hab ihn gesehen. Da ist einer schwerer Milizier dabei, der viel Aua macht und ein Totenköpfchen hat. Oh ja, ja. Ich hab ihn gesehen kurz, dass jemand mich getroffen hat. Ja. Mag uns jemand aufnehmen? Äh, aufheben? Aufnehmen nicht. Das, hey. Aufheben reicht. Aber ich würd noch ne Sekunde warten. Ja, 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 ja. Ich würd noch ne Sekunde warten, da kommt ein Totenkopf mit zwei Ads dazu. Na dann. Haha, da kriegst du dir, komm wir gleich. Hahaha. Der obere Eingang sollte jetzt sicher sein. Aber die Tür sollte wieder zu sein, Dex. Nicht, dass hinterher einer reinkommt, ne? Waren die nicht. Nein, man... gar nicht. Ja, mit ihr den anderen Eingang haben wir gar nicht, oder? Doch, hier. Oh, da kommt die nächste Gruppe. Doch, hab ich gebaut. Ah. Lustige, sie würdet ihr nicht mehr wirklich was verlieren, außer eurer Kleidung, die kaputt geht. Ja, wie das aussieht. Du meinst meine kaputte Kleidung? Wunderbar. Genau. Ach, toll. Ich hab gedacht, ich bin weit genug weg. Ja, das waren aber die Dichte der Beidung. Mhm. Ah. Toll. Wiedergeschlagen und angekogelt. Wie fühlt man sich so als Otter? Wieso ist die Tür schon wieder offen? Ey, ist die Sonne, ey. Hier kommt die Sonne. Ja. Kann dir keinen von euch wiederbeleben, weil ich kein Blut mehr habe. Okay. Das ist süß. Ich bin erstmal ein Snack, ruhig. Merci. Vorsicht, wir kommen. Und Dex hat die natürlich getriggert. Dex, ich kipp die gerade auf. Die werden einfach weggelaufen, Dex. Ich bin doch auch weggelaufen. Die sind doch weggelaufen und dann haben sie nochmal umgedreht. Weil du da warst. Oh, da kommen wir noch mal hin. Au. Ich brauche eine Aufschiebung. Ich bin da irgendwo... Könnt ihr einfach nicht kämpfen? Äh, ich bin da in dem großen Feuer mit den vielen NPCs. Ja, was will? Äh, und die Tür bitte nicht aufmachen, da könnte jemand reinkommen. Und zacken da als Hüten. Ja, wir fliegen echt in den harten Milit- Boah. Ah. Gießt. So. Totenkopf, Snacken, check. Du sagst nein. Danke. Kann ich einfach mal die kacken Tür aufbleiben? Nö. Ich kann sie bedienen, während ich wieder überlebe. Auf zu, auf zu, alles klar. Genau. Na dann verteilen wir mal die Rohstoffe, die ich gesammelt habe. Deine eingeweihte? Ja. Die eingeweihten Rohstoffe, die ich gesammelt habe. So, ja, wir haben jetzt drei Schmelze, die optimal laufen sollten. Decks, du luggerst doch da wieder, um gleich einen Snack zu holen, oder? Ja. Ich nehme das als Ja. Ist ja auch so. Dass hier kein Durchgang ist. Ach. Braucht es keinen Durchgang? Den können wir nicht essen. Alles gut. Meinst du da, wo es ab und geht? Aber da drüben gibt es nichts. Nein, hier. Da, wo eine Tür ist. Ja? Was damit? Hier drüben ist Schatten. Ich habe die Tür vermisst. Nochmal? Ich habe die Tür vermisst. Sie ist da in ihrer Halterung. Äh, geradeaus in die Richtung. Also, da drüben gibt es, äh, nicht während des Snacks. Und da drüben gibt es welche, die wert sind. Aber was wird für so mit denen? Ich glaube, da ist die Wollung. Aber, da geht's mal alles. Wie jetzt sind Kinder. Sie Große. Sie Große. So, Stein, äh... Und die haben wir auch immer wieder schönes haben dabei. Rattel, Glas, Wollfaden, Topaz. aus der eis in der produktion genau so wie da ist ja die produktion ähm schwein schwein Pferde Pferde auch Pferde oh du hast sie getrügert ich glaube Pferde ja Pferde ja Pferde ich glaube ich bin ja schon mal da wie die Hinschwein ach so mit 48er Krieger ist vielleicht besser als ein viere Arbeiter ja ich verstehe das eva schwoke ist besser als ein neuer Arbeiter Das sieht irgendwie komisch aus, ey! Was denn? Das sieht so glatt aus, oder? Das ist rasiert? Hast du ein niederrasiertes Pferd gesehen? Nein, du? Nein! 55er Langbogen-Dings? Ja. Na, da tun sie doch mehr Arbeiter. Arbeiten hier mehr? Ja. Die waren das halt. Das ist ein Miliz-Babar mit rotem Kopf. Ich brauche jemanden, der mich aufhebt. Dex sollte in der Nähe sein. Ich würde gerne die Sterbequote minimieren, wenn es möglich ist. Ich auch. Ich habe mich ein wenig überguckt. Du kommst aus der Tür und hast irgendwie so ein 60er von der Schnauze. Ja, also ein 40er, 40er, 60. Wo kommst du denn her? Und warum hättest du mich? Wo ist er denn? Äh, da in dem Lager. Wenn du durch die Öffnung, die ich da gemacht habe, durchgehst, geradeaus. Lass sie lieber. ja ich gehe lieber hier drüben zu den Prozent Arbeitern und nimm noch ein Snack 19 das nix, ist ja nicht schlecht ne, 19er arbeiten ist besser als nichts, dann bist du dann 20er, oder? ich vermute den willst du? nö, ich habe einen 50er gegessen der hat auch ein bisschen dickes Fell dabei so sieht doch aus mhm oh da kommt, da kommt Hunde, da kommt so ein mhm das ist nur 42 Burning Man ne, Woman ja, absolut gut war ja klar ich habe gerade gefühlt in halbes Kaninchen eingeatmet ja, ist gerade besser weiß ich nicht, hier sind auf einmal Haare so das wundert dich noch das wundert dich viel mehr warum edalierst du auch halbe Kaninchen? nimm doch gleich ein ganzes ich mag ja Kinder, aber ich kann kein ganzes essen richtig mhm 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 mhm